Also kleine Roomtour, Leute. Hier ist nix. Hier ist so japanische Kamifuji-Scheiße und hier ist ein Eingang und zerwarnt. Die Vermutung ist, Dämon wurde hier eingesperrt oder so. Wir haben keine Ahnung. Ich glaube, ich kann gleich weiter. Oh, ich muss kurz bilden. Was ist da? Ura, was zum Fick. Fernseher. Alles mögliche. Habt ihr vielleicht eine Rio-Costa für mich? Koffer? Ist das ein Gitarrenkoffer? Nee. Da ist ein Gitarrenkoffer weg, oder? Ja. Ey, versteckt mich nicht. Oh, ey, das ist doch irgendwas. Hier ist ein Blatt. Okay, warte mal. Wir gehen mal mit, Victor. Oh, das ist so Weihnachtszeit. Jungs, kann man draußen ein YouTube-Video machen? Ja. Ja? Ja. Ey, das bräuchte ich nicht mehr so funkel für Weihnachtsbächer. Bruder, was ist das hier für ein Schlagsbächer? Ey, das ist mal die Jungs so krass. In der Wohnung. Bruder. Okay. Hier neben uns ist niemals jemand. Da ist nämlich ein Loch in der Wand. Du kannst nicht in die Wohnung rein gucken. Mach mal Licht. Ja, Bruder. Da ist eh nichts zu mir, aber... Bruder, ich glaube, das ist qualitativ. Von Meisel-Abi. Licht, Bruder. Das ist nicht Meisel. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Bruder, das ist von Meisel. Ich weiß nicht, wie ich es nicht mehr so krass. Oder was? Oh. Graferweise? Ey, Jungs, ich kann nicht mehr in die Wohnung stecken. So. Guck mal, ich kann nicht mehr in die Wohnung. Das meint super. Ich kann nicht mehr in die Wohnung. Da ist ein Loch in der Wand. Ist über die Tür auf? Aber am Ende kommt da einer. Aber am Ende kommt da einer. Nein, nein, da ist ein Loch in der Hand. Echt? Wie? Ah ja, sofort in den Sitz. Okay Leute, was ist der nächste Halt? Sag ich nicht, weil dann gehen da Leute auch hin. Nächste Halt? Oldstadt Aldi? Hey, 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 Albanien. Albanien, okay, Maja, kommt auch gleich. Deswegen, wir holen die erstmal ab und dann... Und jetzt? Ich glaube schon. Wir fahren jetzt nach Polen, Warschau. Ja. Und zwar... Nach Tajikistan. Wir kontrollieren die Junkies am Hauptbahnhof nach Crack. Weil je mehr Crack wir denen geben, desto mehr Hinweise... Es geht. So Leute, wir laufen jetzt. Um zu schauen, ob man noch... 100... nein, da kommen wir nicht rein. So, wir treten die Türen. Können wir, können wir. Mach. Oh, hier ist eine Badewanne. Ja. Das ist so schlimm, du. Ey, da bräuchten wir gleich eine Taschenlampe. Warum? Schau mal, nimm. Geh, komm. 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 Weißt du, du? Glasscherben, überall. Überall Scherben, bluer. Du pennt doch sehr, du Penner, dich. Du willst du spüren, bitte? Fernseher, morök. Geh, komm. Wir haben noch 5 Chai trinken Hä? Tief ja eigentlich aber voll geil Wir haben reguliert, dass die alte Decke auf dem Boden ist, aber... Scheiße Nein, warte ich Schränke auf Boah, das ist ein maskulines Meisterwerk für den Spiegel Küsst dich So So Weiter hoch Und dann Oh, es gibt halt Oh, hier ist noch ein Raum Ok, Viktor und Gregor sind den anderen Ich bin nicht Aber Maya Hier Was ist hier passiert? Was ist hier passiert? Boah, das ist straight aus einem Horrorfilm Also Leute, ich muss jetzt das so machen, weil es stinkt scheiße Boah Boah Oh, geil, Digga Was? Ok, geh mal nach oben, oder? Geh mal nach oben Vielleicht wirst du nicht tanzen Ok, Leute Bob Ich glaube, wir sind am Dachboden Ok, was ist hier? Ich piep mal Scheiße Komm nicht mehr unter den Zaun rüber Digga Was ist das? Geh da mal hoch Herrier Er soll Digga, ich wollte in den Schrank hergehen, das ist eine Spinne, ja? Okay, da Buh Ich meine